Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 9. Juni. Sanierung des Lerchenberger Polizeireviers schreitet voran. Neuer Vertrag für Mainz 05 Trainer Svensson bis Saisonstart? Protest für rheinhessische Weinkultur wächst. Wie viel Werbung braucht die Stadt Mainz? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Seit über einem halben Jahr ist das Dienstgebäude der Polizeiinspektion Mainz 3 auf dem Lerchenberg nach Wasserschäden und Schimmelbefall gesperrt. In den vergangenen Monaten wurden die Schäden behoben. Nun sollen Hauptgebäude und Anbau umfassend saniert werden. Laut Claudia Renner, Sprecherin des Rheinland-Pfälzischen Landesbetriebs für Liegenschafts- und Baubetreuung, erhält das Gebäude ein geneigtes Pultdach, wodurch Undichtigkeiten künftig ausgeschlossen werden. Darüber hinaus erhielten die vorgehängten Fassaden eine Wärmedämmung nach heutigem Standard. Außerdem sollen im gesamten Gebäude isolierverglaste Fenster und Außentüren eingebaut werden. Das Polizeipräsidium Mainz begrüße alle Maßnahmen, die die Funktionsfähigkeit des Dienstgebäudes gewährleisteten, erklärt Pressesprecher Rinaldo Roberto. Die Entscheidung über die Art der Sanierung treffe allerdings der LBB. Die Kosten für die Beseitigung der aufgetretenen Undichtigkeiten am Dach und der Wasserschäden beliefen sich laut LBB-Sprecherin Renner auf rund 75.000 Euro. Die Kosten für die weitergehende Sanierung wurden nun im Zuge der Sanierungsplanung ermittelt. Die Planungen für die kommende Bundesliga-Saison bei Mainz 05 sind angelaufen. Finn Dahmen und Aaron Martin haben den Bundesligisten verlassen. Die Zukunft von Trainer Bo Svensson bei Mainz 05 ist weiter offen. Der Däne geht, stand jetzt, in sein letztes Vertragsjahr. Sportvorstand Christian Heidel unterstrich nun im Kicker, dass er überzeugt davon ist, dass das gemeinsame Projekt 2024 noch nicht beendet ist. Durch seine erfolgreiche Arbeit am Bruchweg hat Svensson jedoch Begehrlichkeiten außerhalb von Mainz geweckt. In den vergangenen Monaten wurde Svensson einige Male medial als Kandidat bei Top-Clubs genannt. Über tatsächlich erfolgte Anfragen anderer Vereine ist bislang allerdings nichts bekannt. Kurz nach Saisonende betonte Svensson, dass er weiß, was er an Mainz habe. Beispielsweise die gute Zusammenarbeit mit Christian Heidel und Martin Schmidt. Stand Juni 2023 deutet mehr darauf hin, dass es den Dänen noch am Bruchweg hält. Bis zum Trainingsstart der 05R am 2. Juli wird in Sachen neuer Vertrag aber vermutlich nichts passieren. Bis zum Saisonstart Gewissheit zu haben, erscheint allerdings sowohl aus Vereins- als auch Trainersicht plausibel. Der Druck auf Verbandsgemeinden und Wirtschaftsministerium im Zusammenhang mit der Erteilung von Schankerlaubnissen soll weiter aufrechterhalten bleiben. Wir dürfen in dieser Frage nicht nachlassen, sagt der Untenheimer Ortsbürgermeister Markus Becker. Er fühlt sich in seinem Vorgehen nach der Kundgebung in seiner Gemeinde mit über 500 Teilnehmern bestärkt. Eine Online-Petition hat mittlerweile schon weit über 7.000 Unterstützer gefunden. In der VG Rheinselz werde die Verbotslinie offenbar stärker durchgedrückt als in den Nachbarkommunen oder in anderen Landkreisen. Deshalb appelliert auch der Bürgermeister von Dexheim, Hubert Horn, an den Verbandsbürgermeister Martin Groth. Dieser solle mit seinen Kolleginnen und Kollegen sowie den regionalen Bundes- und Landtagsabgeordneten eine praktikable Lösung mit der Landesregierung erarbeiten. Der Mainzer Ortsbeirat hatte vor zwei Wochen den Stadtrat aufgefordert, ab 2026 für eine werbefreie Innenstadt zu sorgen. Auch die Mainzer Grünen beschäftigen sich mit dem Thema. Sie fordern unter anderem eine stärkere Einbeziehung der Kommunalpolitik beim neuen Werbekonzept der Stadt. Dieses Werbekonzept wird derzeit von der Verwaltung erarbeitet. Zudem wurde eine Lenkungsgruppe, in der auch die Stadtratsfraktionen sitzen, zur Vorbereitung des neuen Konzepts ins Leben gerufen. Voraussichtlich im Herbst soll der Stadtrat dem neuen Konzept zustimmen. Ende 2025 läuft der Vertrag der Stadt mit dem DSM-Struher aus. Da das Werbemonopol dann neu ausgeschrieben wird, ist die Diskussion um die Werbung neu entflammt. Zum Schluss berichten wir noch über ein ernsthaftes Problem, mit dem Obstbauern in Finden zu kämpfen haben, eine Plage von Krähen, die ihre Kirschen und Erdbeeren plündern. Sven Schmidt, Vorsitzender des Bauernvereins Mainz Finden, und seine Kollegen erleben erhebliche Verluste, schätzen sie doch, dass pro Tag 5 Tonnen Kirschen und 300 Kilo Erdbeeren den Krähen zum Opfer fallen. Die Stadt hat den Bauern jedoch eine effektive Bekämpfung der Krähenplage untersagt, mit Verweis auf die Brut- und Nistzeiten der Vögel und den Naturschutz. In den Vorjahren hatten die Bauern Ausnahmegenehmigungen erhalten, um die Krähen durch eine Kombination aus Bejagen und Vertreiben mit Schreckschussgeräten einzudämmen. Sven Schmidt hat bereits mehrere Anträge gestellt, um Ausnahmegenehmigungen zu erhalten und Schreckschussgeräte aufstellen zu dürfen, jedoch ohne Erfolg. Er hat sich nun an das rheinland-pfälzische Umweltministerium gewandt und hofft auf schnelle Hilfe. Wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, warnt Schmidt, könnten in 5 Jahren keine Obstbäume mehr in Finden stehen, ein tragisches Ende einer Tradition, die seit etwa 300 Jahren besteht. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vrm.de